Das sind schöne emotionale Bilder mit dem Aralieren nach vorne, dem Pacemaker. Der Pacemaker ist einfach der, der die Geschwindigkeit vorgeben oder machen für die Kinder, damit alles geordnet und ruhig über die Bühne geht. Wir sind kurz vor dem Start, Starting Time in about 10 minutes. Die ganz kleinen werden in Kürze eröffnen und wir freuen uns auf das Rennen der Herzen hier in Cyberhinterview. Ich sehe sie schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017